Hallo zusammen, heute geht es um ein neues Profigerät in deiner Küche, der Microplane Gewürzschneider. Wie das Ding funktioniert und was du damit alles klein bekommst, das schauen wir uns jetzt mal an. So, und das Coole an dem Teil ist, es ist halt wirklich ein Gewürzschneider. Ihr seht es, hier unten sind Messer, die sind aus Edelstahl. Jeder, der Microplane kennt, unter anderem von den Reiben, weiß, das Zeug ist super scharf und es hält auch lange. Dann befüllt ihr den Schneider einfach, es sind zwei Teile, hier ist eine kleine Kammer, was auch immer ihr malen wollt, rein damit und dann einfach drehen. Eine kleine Besonderheit ist noch im Deckel, da habt ihr ein extra Fach, um eure angeschnittenen Muskatnüsse, Zimtstangen oder was auch immer aufzubewahren. Vor der nächsten Runde und universell einsetzbar, wie wir gleich sehen werden. So, wie ihr seht, ist der Microplane Gewürzschneider ein ganz schön scharfes Teil, mit dem ihr so einiges klein bekommt. Aber lasst euch da nichts erzählen, probiert es selber einmal aus, ihr werdet begeistert sein. Leute, wir schauen mal. Vielen Dank.